Hallo, wir kommen aus Dora Birda und wir freuen uns, dass die Lustenaer Weltrekord erhalten sind im Funkenbauer. Super! Also ich finde es voll cool, dass die Lustenaer jetzt den Weltrekord geknackt haben und ich freue mich schon, wenn der Funken abbrennt. Ich finde es ganz lässig, vor allem mit einem tollen Wert der Hütte, dass wir den größten Funken auf der ganzen Welt haben. Und ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. 60 Meter ist schon hoch. Wir freuen uns schon drauf und wenn man das sieht, dann soll er vorbeikommen. Macht Spaß da! Ja, als Lustenaer bin ich natürlich mega stolz, dass wir den Weltrekord-Funken geschaffen haben und Hyperderm, riesen toller Wert, so ein tolles Event heute haben. Ich als Schwarzacher wünsche trotzdem allen Lustenaer alles Gute und herzliche Gratulation, dass Sie jetzt wieder den Weltrekord ins Land geholt haben mit dem größten Funken. Und hoffen wir, dass er ein schöner Funken wird. Also ich finde es cool, dass Lustenaer den Rekord geknackt hat und ich freue mich schon drauf, wenn der Funken brennt. Also ich finde es genau gleich wie Sie und ich freue mich schon auch, weil es ist einfach cool, am größten Funken der Welt da zu sehen. Also mir hat Lustenaer finden es voll super, dass wir den Weltrekord gebrochen haben. Alles Gute, super!